die kommen da nicht mehr runter ich kann ja keine straße bauen kann ich keine straße bauen die was bauen wir gerade die solaranlagen ja wieso wird das bei mir angezeigt kann ich irgendwie die region aktualisierung ich glaube nicht ich dachte es ging irgendwo mittlerweile gameplay die audiografik ich das jetzt hier deine aufnahme abschmiert schilder plus aktualisierung da warum habe ich 3600 megawatt im überschuss verkaufen wir was ich habe keinen strom oder warte ich muss einkaufen alter ach so stimmt ja durch diesen stromverstärker hier ich kann gar keine energie lieferung hast du ja schon mal ein geschenk bekommen nö nix an schickte bisschen scheiße das sehe ich gerade habt ihr 300.000 geschickt kommt vielleicht noch ich habe auch keine strom und keine wasser gucken mal im 8 wasser haben wir sie doch genug aber wenn ich baust du eine kleine trommel mache ich erstmal das ist ja nur nicht bei der industrie bauen sonst wird dein wasser verdreckt aber ich brauche jetzt mal eine große feuerwache hier und bauen wir das windkraftwerk hin deshalb steht geld nach aber alle haben strom weiter auskündigt werden wir schon nirgendwo hin nach irgendwo wo es passt region aktualisieren das gab es da bin ich mir hundertprozentig sicher weil ich guck mal mit was zum city region region aktualisieren das gab es da bin ich nicht ne gibt es nicht so eine scheiße so wenn jetzt hier die große das dann können die gleich aus hilfezentrum gibt es sind sie die hilfe sender vielleicht steht da was drin ich meine so und ich kann jetzt hier nur in der stadt warten dass sie endlich mal fertig geliefert hat ich kann dir ein paar feuerwerber schicken und müll aufbaut was kann ich geschicken na gut jetzt wird auch immer gebaut noch mehr in der region haben wir ja nicht nur wer hat eine spielzentrale ich weiß nicht ob ich die habe aber ich glaube nicht in der stadt hier wirken hier noch hier aus der region warte mal wo sehe ich das hier digitalisierung wirksspiel ich habe eine spielhalle aber ich habe keine zentrale dafür ich habe nur eine spielhalle schlimm gemacht sogar warum bester auf kriminalität und so muss ja auch mal irgendwie noch ein bisschen geld machen hier ich würde ein übelstes luxusviertel in der mitte machen kannst du machen oi mühwagen fährt von dir bei mir durch hier das ist aber nett ja hab ich dir schon geschickt hast du schon das geschenk bekommen oder immer noch nicht nö was ist denn das für ein scheiß hab ich das jetzt ans falsche geschickt stimmt da kann ich ja deinem feuer haben hatte ich ja schon kann ja ich sonst noch was machen kann ich denn eigentlich noch mit dem control net hier machen ja wir haben doch eh zu wenig ne ne da ist jetzt genug da ist 15.000 alter das ist ja dieses ding ist ja voll cool ich habe 600.000 der megawatt überschuss normalerweise produziert das nur 480 das ganze atom ne das ganze kraftwerk hier ja läuft jeden fall ich habe es keine atomkraftwerk hier das ist jetzt gar nicht an mal anschalten aber eigentlich brauche ich das ja nicht ich gehe mal in die ganzen anderen schilden von mir gucken so wie machst du denn hier um ein richtiges luxusviertel da musst du mal park setzen oder ja irgendwie schon ich muss noch den anschluss ans luxusviertel irgendwie finden ich möchte ja noch einen zweiten kreis eigentlich morgen ach so ich brauche schon Geld ich könnte mir was anleihen komisch als immer noch nicht da ist ach so ich bin kann ich hier auch was rüber schicken wir haben jetzt diesen verfickten flughafen hier wie kann ich jetzt nicht auch irgendwo was rüber schicken man weiß es nicht keine verbindung ja was bringt dann dieses